Ah, Commander. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Ardenondo Dipolis Derun. Ich beaufsichtige die Truppeneinsätze der Republik entlang der perlimianischen Handelsstraße. Ich wünschte, wir könnten persönlich sprechen. Ich habe gerade eine wahrlich belebende Mischung aus gatalentanischem Tee aufgebrüht. Mögt ihr Tee, Commander? Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diese Mischung bereits probiert habe. T wäre nicht meine erste Wahl. Nein. Ihr habt mich nicht kontaktiert, um über T zu sprechen. Jedenfalls nicht nur. Ein schöner Planet, Catalenta. Seine Bewohner sind bekannt für ihre langjährige und standhafte Unterstützung der Jedi. Und über die Jedi möchte ich heute mit euch sprechen. Ich fürchte, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zum Jedi-Orden. Ich fürchte, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zum Jedi-Orden. Ich fürchte, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zum Jedi-Orden. Ich fürchte, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zum Jedi-Orden. Wenn ihr Informationen sucht, kann ich euch nicht helfen, General. Die Allianz hatte keinerlei Kontakt zum Jedi-Orden, nur zu ein paar verstreuten Mitgliedern. Wenn ihr Informationen sucht, kann ich euch nicht helfen, General. Die Allianz hatte keinerlei Kontakt zum Jedi-Orden, nur zu ein paar verstreuten Mitgliedern. Ihr findet vermutlich niemanden, der mit den Jedi weniger am Hut hat als ich. Ihr findet vermutlich niemanden, der mit den Jedi weniger am Hut hat als ich. Ich werde euch eine Kiste schicken. Das Aroma ist unschlagbar. Aber mir wurde gesagt, dass man es nur in Gesellschaft wirklich genießen kann. Da seid ihr nicht die Einzige, der es so geht. Da seid ihr nicht der Einzige, dem es so geht. Und dennoch glaube ich, dass ihr die eine Person seid, die am ehesten in der Lage ist, ihnen zu helfen. Nur wenige Jedi haben den Krieg gegen Sarkul überlebt. Sie sind untergetaucht, in der ganzen Galaxis verstreut. Ich bin nicht mal sicher, wie viele Ratsmitglieder noch am Leben sind. Ihr seid Soldat. Was kümmert es euch, was mit den Jedi geschehen ist? Ihr seid Soldat. Was kümmert es euch, was mit den Jedi geschehen ist? Ihr seid Soldat. Was kümmert es euch, was mit den Jedi geschehen ist? Ihr seid Soldat. Was kümmert es euch, was mit den Jedi geschehen ist? Ich habe etwas über ein noch lebendes Mitglied des Jedi-Rats herausgefunden. Meister Nost Dural. Meinen Quellen zufolge versteckt er sich auf Ossus. Ich hatte gehört, dass dieser Krieg die Jedi besonders hart getroffen hat. Was für eine Tragödie. Ich hatte gehört, dass dieser Krieg die Jedi besonders hart getroffen hat. Was für eine Tragödie. Ich hatte gehört, dass dieser Krieg die Jedi besonders hart getroffen hat. Was für eine Tragödie. Ich hatte gehört, dass dieser Krieg die Jedi besonders hart getroffen hat. Was für eine Tragödie. Ich habe gehört, dass es sie im Krieg hart erwischt hat. Aber mir war nicht klar, wie schlimm. Wir werden sie brauchen, wenn das Imperium einen weiteren Krieg anzettelt. Ich habe gehört, dass es sie im Krieg hart erwischt hat. Aber mir war nicht klar, wie schlimm. Wir werden sie brauchen, wenn das Imperium einen weiteren Krieg anzettelt. Ich habe gehört, dass es sie im Krieg hart erwischt hat, aber mir war nicht klar, wie schlimm. Wir werden sie brauchen, wenn das Imperium einen weiteren Krieg anzettelt. Ich habe gehört, dass es sie im Krieg hart erwischt hat, aber mir war nicht klar, wie schlimm. Wir werden sie brauchen, wenn das Imperium einen weiteren Krieg anzettelt. Satil Shan lebt noch. Habt ihr sie kontaktiert? Satil Shan lebt noch. Habt ihr sie kontaktiert? Satil Shan lebt noch. Habt ihr sie kontaktiert? Die alte Heimat der Jedi. Sie wurde von den Sith vor Jahrhunderten so gut wie zerstört. Die alte Heimat der Jedi. Sie wurde von den Sith vor Jahrhunderten so gut wie zerstört. Die Jedi sind die Seele der Republik und unsere fähigsten Verteidiger. Ich glaube nicht, dass wir ohne sie überleben können. Das habe ich, aber es ist Jahre her, seit sie die Jedi anführte. Sie konnte mir nicht helfen. In der Tat. Ich habe erfahren, dass Meister Nos Dural so viele Jedi wie möglich sowie zivile Freiwillige mitgenommen hat, um eine verborgene Kolonie auf dem Planeten zu gründen. Ach, leider ist die Kolonie anscheinend nicht mehr so verborgen wie angenommen. Ich habe imperiale Streitkräfte verfolgt, die sich durch das Gebiet bewegen. Ich glaube, dass die Jedi in großer Gefahr sind. Wie können wir Ihnen am besten helfen, General? Wie können wir Ihnen am besten helfen, General? Wie können wir Ihnen am besten helfen, General? Wurden die Jedi gewarnt? 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 Denkt ihr nicht, dass die Jedi mit ein paar imperialen Soldaten fertig werden? Denkt ihr nicht, dass die Jedi mit ein paar imperialen Soldaten fertig werden? Ich denke, dass wir hier von mehr als nur ein paar Imperialen sprechen. Ossos befindet sich am äußeren Ende der perlimianischen Handelsstraße, praktisch direkt vor der Tür des Imperiums. Ossos, ich verfüge über keinerlei offizielle Autorität, mich einzumischen. Die Jedi-Kolonie ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und jede Warnung, die ich schicke, würde die SIS direkt zu ihnen führen. Ihr seid nicht an die Vorschriften der Republik gebunden. Ihr könnt schneller helfen als ich. Bitte, reist nach Ossos. Beschützt die Jedi, bis meine Truppen eintreffen. Sie brauchen unsere Hilfe. Ich fliege sofort nach Ossos, General. Ihr könnt auf mich zählen. Ich fliege sofort nach Ossos, General. Ihr könnt auf mich zählen. Den Jedi zu helfen ist mehr als nur eine Mission für euch, oder? Das ist was Persönliches. Den Jedi zu helfen ist mehr als nur eine Mission für euch, oder? Das ist was Persönliches. Den Jedi zu helfen ist mehr als nur eine Mission für euch, oder? Das ist was Persönliches. Den Jedi zu helfen ist mehr als nur eine Mission für euch, oder? Das ist was Persönliches. Ich kann mich darum kümmern, General. Aber dann seid ihr mir einen Gefallen schuldig. Ich kann mich darum kümmern, General. Aber dann seid ihr mir einen Gefallen schuldig. Die gesamte Republik wird in eurer Schuld stehen, Commander. Ebenfalls, General. 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 Macht euch keine Hoffnungen, 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 General. Aber ich habe drei verschiedene Kontakte mit wichtigen Informationen, die ich treffen muss. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Und ehe ihr euch verseht, sind wir schon wieder vereint. Wir schicken euch so schnell wie möglich nach Ossus. Möge die Macht euch stets dienen. Ich kämpfe nicht gern ohne euch an meiner Seite, Lana. Wen auch immer das Imperium schickt, er oder sie wird keine Chance gegen euch haben. Begleitet mich, Teron. Ich möchte nicht schon wieder von euch getrennt sein. Begleitet mich, Teron. Ich möchte nicht schon wieder von euch getrennt sein. Den Wunsch kann ich euch hoffentlich in Zukunft erfüllen. Vielleicht schon bald. Erlaubt mir es euch zu erklären. Wie nett. Wollt ihr mir verraten, wieso ihr so scharf darauf seid, mein Freund zu werden? Wie nett. Wollt ihr mir verraten, wieso ihr so scharf darauf seid, mein Freund zu werden? Sie nimmt ihre Arbeit sehr ernst und hat so gut wie kein Interesse an der Meinung Außenstehender. Eure Sorge um eure Soldaten ist so bewundernswert wie eh und je, Pyron. Eure Sorge um eure Soldaten ist so bewundernswert wie eh und je, Pyron. Danke. Ich möchte lediglich den größtmöglichen Erfolg für die zukünftigen Operationen des Imperiums gewährleisten. Ich glaube nicht, dass sie versagen wird. Ihre Stärke stelle ich nicht in Frage, nur halte ich den Preis dieses Sieges für beängstigend. Laut Plan sollte Malora ihr Ziel schon längst erfüllt haben. Unter diesem Leistungsdruck wird sie wahrscheinlich einfach ihre Truppen frontal auf das Problem hetzen und jegliche Strategie außer Acht lassen. Ah, da verpasst ihr was. Glaubt mir. Ich werde euch eine Kiste schicken. Diesen Tee müsst ihr probieren. Exquisit. Ich ziehe die härteren Sachen vor. Ihr wisst schon. Blaue Milch, Zitronensaft, Kaff. Ich hab mal zwei Becher Kaff an einem Tag getrunken. Das war echt wild. Das kann ich euch sagen. Zwei ganze Becher? Ganz schön wild. Das sehe ich auch so. Die Jedi sind die Seele der Republik. Wir können nicht ohne sie überleben. Ich wusste gar nicht, dass die hohen Tiere der Republik sich so große Sorgen um die Jedi machen. Ich wusste gar nicht, dass die hohen Tiere der Republik sich so große Sorgen um die Jedi machen. Davon habe ich noch nicht viel gehört. 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 Eine alte Bastion des Jedi-Ordens. Die Sith haben sie vor Jahrhunderten in ein unfruchtbares Ödland verwandelt. Offenbar hat Meister Nostural so viele Jedi mitgenommen, wie er finden konnte. Und mithilfe freiwilliger Zivilisten eine verborgene Kolonie auf dem Planeten gegründet. Ich sammle trotzdem Ressourcen, um Verstärkung zu schicken. Aber ohne Autorisierung erfordert das sehr viel Zeit. Zeit, die die Jedi vielleicht nicht haben. Ich wusste, dass es richtig war, euch zu kontaktieren. Das sollte für jeden etwas Persönliches sein. Die Jedi haben jede Hilfe verdient, die wir ihnen geben können. Ich hatte gehofft, nie wieder in Jedi-Politik verstrickt zu werden. Dafür steht ihr in meiner Schuld, General. Ich hatte gehofft, nie wieder in Jedi-Politik verstrickt zu werden. Dafür steht ihr in meiner Schuld, General. Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich schicke euch die Koordinaten für die Jedi-Siedlung. Es gibt noch einen Haken. Ihr dürft keinen großen Trupp mitnehmen. Am besten geht ihr allein. Wenn ihr euch mit einem ganzen Angriffsteam nähert, werden die Imperialen entsprechend reagieren, bevor ich euch helfen kann. Das Imperium wird mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Das Imperium wird mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Alles klar. Ich mache es allein. Bis ihr bereit seid, eine gemeinsame Operation zu starten. Falls diese Situation eskaliert, seid ihr bereit, hier und jetzt einen neuen Krieg zu beginnen? Falls diese Situation eskaliert, seid ihr bereit, hier und jetzt einen neuen Krieg zu beginnen? Falls diese Situation eskaliert, seid ihr bereit, hier und jetzt einen neuen Krieg zu beginnen? Falls diese Situation eskaliert, seid ihr bereit, hier und jetzt einen neuen Krieg zu beginnen? Was soll ich allein erreichen, was die Jedi nicht selbst tun könnten? Alle Jedi sind eindrucksvoll. Aber ihr, ihr seid eine Klasse für sich. Wenn es jemanden gibt, der etwas bewirken kann, dann ihr. Möge die Macht mit euch sein, Commander. Ich hoffe, wir können schon bald die nächste Tasse zusammen trinken.